Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zu Big Ambitions, meine Damen und Herren. Wir haben mittlerweile einen einigermaßen guten Umsatz, müssen noch mal ein paar Mitarbeiter aufwerten. Wir kümmern uns heute darum, nach der Neuöffnung hier von dem schicken Bling Bling Laden, dass wir den ein bisschen aufhübschen. Das heißt, wir werden das Interieur ein bisschen hübscher machen und werden da den Raumgestalter auswählen. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen schick hier den ganzen Spaß. Wir werden erst mal den Boden fertig machen. Da würde ich auch wieder hier so ein, weiß ich, so ein helles Holz nehmen vielleicht. Wobei, ich gucke mal, habe ich nicht noch irgendwas anderes, irgendwas Schönes. Irgendwas von Ratiofarm. Warte mal, ich würde die Dinger hier... Oh, nee, das sieht nicht aus. Warte mal. Das machen wir mal. Ah, guck mal, dann machen wir hier den Verkaufsbereich, den machen wir so. Und den Rest machen wir. Lass mich mal gucken hier. Haben wir irgendwas Schönes? Passen wir jetzt mal an hier. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter wieder zum Schulen geschickt. Was haben wir hier für Farben? Ach, guck mal, hier sowas helles. Ich bin mal gespannt. Und dann noch hier so ein bisschen optisch-technisch das Ganze auch noch ein bisschen anpassen. Das kostet halt richtig viel Geld immer, ne? Aber es lohnt sich, weil nämlich dadurch dann die Leute sehen, ah, guck mal, es ist ein ganz cooler Laden und, äh, das sieht halt optisch auch gut aus, ne? So, die Wände finde ich immer ein bisschen schwierig. Was wir machen könnten wäre, was sind wir denn da? Wollen wir es malern? In so einem Beige. Oder? Ah, weiß ich nicht. Oder vielleicht, guck mal, hier die Eingangsbereiche in so einem Grau. Und hier die Front komplett in Grau. So. Vielleicht die Ecke hier noch komplett. Und dann mit einem Beige-Ton das Ganze ein bisschen auffällen. Ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, ne? Aber, wenn man hier Geld investiert, ich weiß immer noch nicht, nach welchen Kriterien die gehen, ne? Bewerten die das dann auf einmal besser, ne? So. 8000 Dollar weg. Ich bin mal gespannt. Wir achten mal so ein bisschen auf die Bubbles hier. Ob die Leute immer noch rummeckern. Wir haben jetzt noch 25.000 auf dem Konto. Wir sind mittlerweile bei Tag 38 angekommen. Und bei den Mitarbeitern hatte ich mich vertan, beim letzten Mal. Nämlich, ähm... Wir stellen nochmal eine Person ein. Zusätzlich. Und zwar für die Geschenkerampe. Kundendienst. Keine älteren. Nicht, dass sich ältere Leute ausgrenzen. Wir sind ja auch schon ein älteres Semester. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Haben wir auch nochmal hier soweit was gemacht. Ich gucke jetzt mal, ob die gleich noch meckern, wenn hier noch Leute reinkommen. Ähm... Warten wir mal, ne? Ein bisschen ab. Und achten mal auf die Sprechblasen. Wobei der Laden jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Der ist jetzt nicht super duper toll. Aber man könnte jetzt natürlich hier noch hingehen und könnte sagen, okay... Guck mal, die Sachen könnten wir jetzt hier auch noch, äh... In so'n Gelb. Warte. Ah, muss ich wieder einzeln anklicken, ne? Leider. So. Das vielleicht auch nochmal in so'n Gelb. Ah, guck mal, die Leute sagen nichts mehr. Die meckern zumindest nicht. Das ist schon mal schön. Ähm... Hier könnten wir auch nochmal das Farbband... Wer macht das in edlen Schwarz, ne? Oh ja. In so'n edlen schwarz. Das ist ein bisschen abgesetzt. Oh ja, komm, das passt. Das ist okay. Ah, die Leute meckern nicht mehr, ne? Das bedeutet, wir sind da auf jeden Fall schon mal sehr gut mit dabei. Und werden da auch gute Einnahmen haben, ne? Die kaufen hier auch gut ein. Ähm... Das finde ich auch gut. Was wir auch machen können, ist, wir können natürlich hier auch mit dem, äh... Mit der U-Bahn fahren, ne? Habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar können wir hier zum Beispiel... Wo können wir hier... Das ging, glaube ich, hier, ne? Wir müssen einfach hier, glaube ich, nochmal draufklicken. Und jetzt fahren wir mit der U-Bahn. Einmal quer rüber. Auch ein nice Feature. Da sind wir hier schon im Park. Ne? Und können hier zum Beispiel zur Marketing-Kampagne. Ich glaube, die ist hier vorne. Ne? McCains E-Marketing. Können wir gehen. Wir können aber auch mal die, äh... Andere Bank besuchen. Ähm... Wir haben nämlich mehrere Banken hier. Weil ich ja auch gefragt habe, es gibt doch irgendwo noch eine andere Bank. Es ist die Wand an der Bank. Und die ist, glaube ich, hier oben. Und die setzen wir uns mal als Ziel. Und da laufen wir mal hin. Und, äh... Wir werden dann mal mit dem... Mit dem Besitzer da mal ein bisschen sprechen, ne? Jut, jut. Man kann sich auch im Park hinsetzen. Also ist wirklich ein sehr schön gestalteter Spiel. Er hat geschrieben, es ist so eine Mischung aus King of Retail, Sims und, äh... Ja, irgendeiner Wirtschaftssimulation, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Wir können auch mit Taxen rumfahren. Das geht natürlich auch, wenn wir das möchten. Aber Taxi fahren ist halt sehr, sehr teuer. Wie es auch im Warenleben so ist. Und, äh... Ja, wir gehen jetzt einfach mal rüber hier zu unserem netten Herrn von der Wand an der Bank. Ne? Natürlich nicht zu verwechseln mit der Sand an der Bank, die man kennt im Warenleben. Ist auch gar nicht ähnlich. So, ich grüße Sie, Herr Banker. So. Wie kann ich Ihnen helfen? Guck mal, wir können nämlich hier, äh, zum Beispiel neue Investitionen, ähm, auch machen. Also wir haben hier Spitzenglobal. Ne? Da können wir auch immer sehen. Aktuell Minus. Ah, Minus. China Anleihen. Da können wir vielleicht einen kleinen Betrag investieren. Ich würde mal sagen 1000. Bestätigen. Und jetzt können wir den immer anrufen und könnten auch wegen dem Kredit nachfragen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt natürlich weiter investieren wollen, könnten wir bei ihm einen höheren Kredit sogar bekommen und können den alten ablösen. Will ich jetzt erstmal nicht machen. Ähm... So. Jetzt brauchen wir aber doch ein Taxi, ne? Wir brauchen ein Taxi. Und, äh, von der Optik her so ein bisschen GTA, ne? Von damals noch mit dieser schönen, äh, obendrauf-Perspektive. Aber ich finde das Spiel halt, äh, es macht Spaß. Es ist cool, ähm, man hat sehr viel, äh, zu tun und, äh, man entdeckt halt hier auch immer jede Menge neue Sachen, ne? Denkst du, hast schon alles gesehen in diesem Spiel? Ne. Hast du nicht, ne? Ach komm, wir gehen mal eine Pizza essen. So, hier. Guten Tag. So, wir bestellen mal eine Pizza für 20 Dollar, Leute. Ja gut. Ich preise aktuell auch anders wild, aber, ja, ne? Isst man immer so, ne? Ach, herrlich. So. Oh. Ich hoffe, wir kommen gleich mal dran hier. Und so kann man halt die Tage auch rumkriegen. Und die Fastfoodläden, ja, die laufen auch, aber die sind halt mit sehr großem Aufwand verbunden, ne? Und die bringen halt nicht wirklich viel. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. So, wir müssen die Mitarbeiter immer wieder zuweisen hier, die wir weiterbilden wollen. Fähigkeiten, jo. Aber fertig. Die Wartezeiten hier. Gut. Aha. So, komm jetzt hier ran. Leute. Ich warte schon Stunden hier auf meine Pizza. Stunden. Stunden. So, dankeschön. Entsorgen direkt. Gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir gleich wieder nach Hause kommen. Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier oben. Ach, guck mal, wir könnten sogar jetzt hier einfach weiter rüber. Da fahren wir ein bisschen mit dem, mit der U-Bahn fahren. Vielleicht mit der Tram. Müsste, glaube ich, hier oben irgendwo sein. Da ist er. So, fahren wir wieder nach Hause. Kostet 3 Dollar pro Fahrt. Das ist echt ein gutes Mittel, wo man wirklich günstig von A nach B kommen kann. Und da würde ich jetzt einfach mal wieder hier hinfahren. Ich bin gespannt, wie die Einnahmen jetzt sind. So, der Laden hat immer noch geöffnet. Personal kommt natürlich immer erst rein oder die Leute, wenn wir hier im Laden sind. Das ist einfach so. Ich glaube, das hat was mit der Performance auch zu tun. Aber nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall im Mai weitere Features geben. Es soll aber auch Blitzer und so ein Spaß noch mit dazukommen. Ja, für meine Fahrweise jetzt eher kontraproduktiv. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Der Laden läuft auch. Und wir gehen jetzt mal nach Hause und gucken mal, was der Tag denn so gebracht hat. an Moneten. Und dann müssen wir ein bisschen sparen wieder auf die nächstgrößere Summe. Wir zocken noch mal ein bisschen. Machen wir mal so zwei Stunden. Alles gut soweit. Hauen wir uns mal ins Bettchen und schlafen bis um, keine Ahnung, 7.10 Uhr. Einnahmen. Ist sogar noch weiter runtergegangen. Ja, das ist, äh, ja. Die Frage ist immer, nee, 15.000 und dann haben wir noch Ausgaben gehabt, ne? Das muss man natürlich mal berücksichtigen. Also es scheint, das läuft jetzt aktuell nicht so gut, ne? Guck dich das mal an hier. Ja gut, das war wahrscheinlich der Engpass, weil wir nicht alles drin hatten. Deswegen würde ich einfach gleich noch einen Tag vorspulen. Ähm, weil wir ja diesen Engpass hatten. Kundenpreisgestaltung ist nicht mehr ganz optimal. Wo wir keine Waren hatten, ne? Versteht ihr? Preisgestaltung immer noch gut. Guck mal. Und der Kundenservice hier. Hier geht zwar auch ein bisschen runter, aber, ähm, so. Gucken wir mal. Müssen wir mal kurz einen kleinen Cut machen. Ja, haben wir noch ein bisschen hochgesetzt und, äh, mal sehen, wie das funktioniert. Also die, der Umsatz passt, aber in dem anderen Laden hier, ne? Ist es ordentlich nach unten gegangen. Aber ich glaube, es hat er einfach damit zu tun. So, wir machen folgendes. Wir legen uns einfach noch mal ins Bett und schlafen noch mal bis zum nächsten Tag. Schön mal 20 Stunden ausschlafen, ne? Oh, wir haben eine Nachricht von Anderson Recruitment. Und die Ausbildung ist abgeschlossen. Und wir haben einen Umsatz von 8700. Hm. Also aktuell bringt der Geschenkeladen noch nicht wirklich viel Umsatz, ne? So, hier haben wir noch eine Person. Teilzeit hoch. Einstellen. Direkt erst mal weg. Fähigkeiten. 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 Und Fähigkeiten. Gut. Äh, Mitarbeiter trainiert. Mitarbeiter haben wir eingestellt. Wir gucken mal, ob das wieder nach oben gegangen ist. Ja, guck mal. Das war wirklich hier, wo wir keine Ware hatten, ne? Das muss man immer ein bisschen differenzieren. 88.000 Brutto haben wir umgesetzt. Der Umsatz steigt. Wir haben noch genügend Sachen hier vor Ort. Beim Bling-Bling. Gucken wir auch noch mal. Preisgestaltung immer noch positiv. Gucken wir. Heißt, da können wir doch noch mal ein bisschen, ne? Machen wir mal. Drei Stück. 175. Und wenn das andere dann läuft später, haben wir es dann auch. Und ich glaube, wir müssen noch mal einen Tag nach vorne gehen, damit wir hier dann auch investieren können. Oder, was wir auch machen können, wäre gleich. Erst mal was essen. So. Dann ein bisschen daddeln. Ah, wobei, ich glaube, das machen wir erst mal noch nicht. Mal zwei Stunden Fernsehen gucken. Gut. Zufriedenheit ist wieder da. Ähm, dass wir mal vorbeischauen bei den Läden. Ob ich überhaupt mein Auto wieder geparkt? Ach, das steht da hinten noch. Laufen wir da mal rüber. Wir haben 52.000 auf dem Konto. Und wir kommen jetzt gleich zum Wochenende. Und Wochenende sind natürlich die umsatzstärksten, äh, die umsatzstärksten Geschäfte. Und, was wir auch noch machen können, ist, unser Geschäft ein bisschen auszuweiten, indem wir einfach sagen, komm, pass auf, wir machen halt längere Öffnungszeiten, ne? Weil wir jetzt auch viele, ich glaube, drei Teilzeitkräfte bilden wir aktuell aus. Teilzeit, 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 ne? Alles Teilzeit, äh, Leute, die wir da haben. Hm, die Frage ist, wie viele Waren brauchen wir innerhalb einer Woche? Hier haben wir schon mal so einen Wert. 998, ne? Wir haben aktuell einen Lagerbeschaffung von 300. Das passt, das passt. 150 Dosen werden umgesetzt. Da haben wir auch noch genug da. Und hier haben wir auch noch genug da. Aber teure Geschenke müssen wir auch bald wieder kaufen. Müssen wir uns mal ausrechnen. Wir brauchen 120.000 für die teuren, für den teuren Schmuck, ne? Das ist schon recht viel, ne? Die Frage ist, ob wir da noch mal rein investieren und dann zu schauen, ne? Wie es sich halt auswirkt. Was sagt denn der Insider? Wie ist denn die Nachfrage hier? Also im Garmin District, teurer Schmuck, guck mal. Preiswerter Schmuck geht weiter nach oben. Hier sehen wir auch die Einwohnerdaten, ne? Mittelschicht, Oberschicht und so weiter und so fort. Juwelier eröffnet Andy's Diamonds. Oh, oh. Da müssen wir natürlich auch mal gucken, ne? Was machen Sachen jetzt? Und bei dem anderen Laden geöffnet. Bling, bling. Guck mal, preiswerter Schmuck ist fast wieder alle, ne? Den sollten wir mal fix besorgen. Da werden wir mal fix hinfahren hier. Ah, Ziel festlegen. Wir brauchen preiswerten Schmuck, meine Damen und Herren. Gut, dass ich noch mal geguckt habe. Ansonsten geht das wieder aus und dann gehen halt auch die Einnahmen wieder weg, ne? Und das ist halt nie gut. Und das am Wochenende, ne? Das können wir uns gar nicht erlauben. Oh, nee. Jetzt haben wir Stau hier. Mal kurz warten. Und die Preisgestaltung ist immer noch gut. Und ich denke, dass wir wieder über 10.000 am Wochenende kommen. Wir machen auf jeden Fall dauerhaft plus und das ist wichtig hier in dem Spiel. Und später müssen wir nochmal gucken. Klar, wir haben jetzt immer noch die Ausbildung jeden Tag, wo wir noch die Ausgaben dafür haben. Personal, Marketing. Kann man natürlich auch untersetzen, die Kampagnen, wenn man das möchte. Aber ich glaube, einmal, wenn die einen gewissen Wert haben, dann wirkt das auch besser. So, preiswerter Schmuck brauchen wir. Fahrzeug parken. Sehr gut. Sackkaren. Kaufen wir mal vier Stück, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ihr seht schon, ne? Also das Geld geht schneller weg, als man gucken kann. Es sind wieder 30.000, ne? So, brauche ich sonst noch irgendwas, als wenn ich schon mal hier bin. Getränkedosen. Teures Geschenk. Können wir auch wiederholen, ne? Getränkedosen vielleicht nochmal. Papiertüten habe ich noch genug. Komm, wir holen nochmal was. Holen wir nochmal zweimal Getränkedosen. Und was war das? Teures Geschenk, glaube ich, ne? Ja, teures Geschenk. Eins, zwei, drei, vier. Und schon ist das Geld wieder weg, ne? Das ist echt der Wahnsinn, ne? Also wie viel Geld man hier für Waren ausgibt. Und nochmal zwei gar Getränkedosen. Ja. Warte mal, Papiertüten. Hier in unserem Laden. Oh ja. Ne, haben wir noch genug, ne? Da brauchen wir auch noch ein paar Getränkedosen. Das heißt, wir nehmen nochmal eine zusätzlich mit. Und dann sind schon mal wieder kurz 40.000 weg, ne? Ei, 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 ei. Deswegen müssen wir gucken, dass wir 38.000. Oh Mann, ey. XXL Bestellung, meine Damen und Herren. Wirklich XXL. Gut. Fahren wir die Laien wieder ab. Machen die wieder voll. Sehr schön, sehr schön. So, einmal alles einräumen hier und dann haben wir erstmal wieder fast eine Woche Ruhe. Das ist halt immer so dieser Moment, den man dann immer zwischen den Wochen hat. Und wenn wir uns das später liefern lassen, ist es glaube ich auch nicht so verkehrt. Da können wir uns dann schon mal um die nächste Geschäftsidee kümmern. Ich glaube, wir machen eine Anwaltskanzlei auf. Aber da müssen wir auch erstmal gucken. Da brauchen wir auch wieder andere Waren und so weiter. Das ist halt immer so ein bisschen Gambling. Man braucht halt auch die passende Location dafür. Das ist halt auch mal sehr wichtig. Da brauchen wir dann auch noch Büro-Möbel oder sowas. Und da wollen wir mal eine große Anwaltskanzlei irgendwann dann mal aufziehen. Gut. Warte mal. Jetzt haben wir hier preiswerter Schmuck. Die packen wir mal hier rein. Oh, guck mal. Schon fast alle. Führen wir mal fix auf hier. Da auch. Bisschen was ins Lager. Dann die Getränkedosen. Die sind auch gut gefüllt. Das passt. Aber ich habe ja trotzdem ein bisschen Getränkedosen auch für hier gekauft. Eine kommt hier wieder rein. Papiertüten brauchen wir erstmal nicht. Dann haben wir erstmal wieder fast eine Woche Ruhe. Gut, dann fahren wir nochmal kurz zur Geschenkerampe. Und der Wareneinsatz später dann, wenn wir dann Sachen sagen wir mal günstig im und Export einkaufen, ist es natürlich noch ein bisschen besser. Gut. Das müssen wir hier einmal einparken. Ja, meine Parkkünste sind halt legendär. weiter, ne? Wupp. Bitte fahren sie weiter. Hör auf zu hupen. Alter. So, teure Geschenke. Die kommen wieder hier rein. Die sind nämlich auch fast alle. Das ist preiswert, preiswert, teure. Können wir gleich nochmal voll machen. Machen die zwar automatisch, aber ich mache das dann ab und zu auch mal selber. Die Lagergrößen hier sind auf jeden Fall vollkommen okay. Das passt. Und dann haben wir gleich wieder das super duper Wochenende. So, das fahren wir jetzt auch nochmal hier rein. Die Sackkarre nehme ich wieder mit. Und da würde ich sagen, Leute, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und dann sehen wir mal, was für einen Umsatz wir am Wochenende machen. Und sag mal bis dahin. Tschüss, tschüss, tschau, tschau, Bye, bye, euer Homer.